Seit geraumer Zeit scheint Schlagerqueen Helene Fischer von der Bildfläche verschwunden zu sein. Erfahre mehr. Oh ist sie bloß? Im vergangenen Jahr war Helene Fischer, 39, doch noch überall. 71 Konzerte mit mehr als 750 000 verkauften Tickets, die Fans hatten ihre volle Dosis Helene. Doch jetzt sind sie auf Entzug, denn die Schlagerqueen ist abgetaucht. Warum? Wohin? Die ganze Wahrheit über ihr Verschwinden. Helenes letzter Instagram-Post stammt vom Januar. Ich kann's kaum erwarten, dieses berauschende Gefühl wieder zu spüren, schwärmte Helene über die Rauschtour. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, die Zeit war sehr anstrengend und von Verletzungen begleitet. Unvergessene Trapezunfall, nachdem sie blutüberströmt auf der Bühne stand, davor der fiese Rippenbruch. Die Sängerin muss sich nun gründlich auskurieren. Wer jetzt aber denkt, sie entspannt sich in ihrer Villa am Ammersee, hat sich getäuscht, dort wird sie kaum gesehen. Helene Fischer, der Zeitpunkt ist perfekt. Wo auch immer Helene ist, sie muss damit klarkommen, dass zwei Herzen in ihrer Brust schlagen. Einerseits diese glutvolle Leidenschaft für die Bühne, die stets in ihr brodelt. Auf der anderen Seite die Sehnsucht, mit Partner Thomas, 39, und Töchterchen Nala, 2, zusammen zu sein. Deswegen hat sie sich bis 2026 eine Auszeit von der Bühne verordnet. Und diese Pause könnte sie auch noch anderweitig nutzen. Denn offenbar dreht sich bei ihr momentan viel um das Herzensthema Kinder. Einerseits soll die Sängerin angeblich an einem Album für Kinder arbeiten. Aber noch viel wichtiger, auf Tour verriet sie, dass sie von weiterem Nachwuchs träumt. Damit alle Welt weiß, was sie momentan bewegt, meldete sich Helene sogar kurz aus ihrer Auszeit. Ein Gedicht, gepostet in ihrer Instagram-Story, ließ sich wie ein Brief an ihr Töchterchen, Ich werde dich immer lieben. Dieses ganze Leben war für mich bestimmt. Ein Leben, das mit einem zweiten Kind noch bereichernder werden könnte. Der Zeitpunkt wäre auf jeden Fall perfekt. Und dafür verzichten die Fans sicher gerne auf ihre regelmäßige Dosis Helene.